Die Landesbank Sachsen Aktiengesellschaft war die Landesbank des Freistaates Sachsen mit Sitz in Leipzig, die am 1. Januar 1992 in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts gegründete und als Landesbank Sachsen Girozentrale firmierende. Landesbank wurde 2007 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und firmierte vom 26. Oktober 2007 bis 30. März 2008 als Landesbank Sachsen. Aktiengesellschaft Zuletzt wurde sie in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt und firmierte für einen Tag vom 31. März 2008 bis 1. April 2008 als Sachsen Bankanstalt, öffentlichen Rechts und Mbco. KG Sie war seit dem 1. Januar 2008 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg und wurde zum 1. April 2008 auf diese verschmolzen. Das regionale Kundengeschäft wird seither von der LBBW zusammen mit den bisherigen BW-Bankfilialen in Halle, Leipzig und Dresden unter dem neuen Markennamen Sachsen Bank weiter betrieben. Die Sachsen Bank übernimmt als regionale Kundenbank das Geschäftsfeld des Unternehmenskundengeschäfts mit Fokus auf das Mittelstandsgeschäft und das Geschäftsfeld private Banking als operativ selbstständige Einheit innerhalb der LBBW. Aufgaben Der Bankkorb lagen die Aufgaben einer Staats- und Kommunalbank der sächsischen Sparkassen. Sie wurde aus einer Förderbank, die zum Beispiel Kredite und Bürgschaften für Wirtschaftsprojekte vergab, in eine Investmentbank umgestaltet. Nach dem Wegfall der Gewährträgerhaftung 2005 hafteten die Träger der Bank, also der Freistaat Sachsen und die Sachsen-Finanzgruppe, nicht mehr im vollen Umfang und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Bank. Die Sachsen-LB war Geschäftsbank und betrieb als öffentlich-rechtliches Wettbewerbsunternehmen Bankgeschäfte aller Art und sonstige Geschäfte, die ihren Zwecken dienten. Organisationsstruktur Vorstand der Landesbank Sachsen-Girozentrale folgende Personen waren Vorsitzende des Vorstandes. Michael Weiß von 1992 bis 2005 der Hans-Jürgen Klump, Kommissarisch 2005 Herbert Süß von 2005 bis 15. September 2007 Joachim Hof vom 15. September 2007 bis 26. Oktober 2007 Folgende Personen waren Mitglieder im Vorstand Eckart Leiple, Hans-Jürgen Klump von 1993 bis November 2005 Dieter Burgmar von 2000 bis 2001 Rainer Fuchs von 2002 bis 2005 Gerrit Raupach von 2005 bis 30. Juni 2006 Stefan Leuster vom 1. November 2005 bis 23. August 2007 Iwette Belavid Höfermann vom 1. September 2006 bis 30. August 2007 Werner Eckart vom 1. September 2006 bis 30. August 2007 Wolfe Dieter Ille vom 30. August 2007 bis 26. Oktober 2007 Harald R. Pap vom 4. September 2007 bis 26. Oktober 2007 Verwaltungsrat der Landesbank Sachsen-Girozentrale Horst Metz, Vorsitzender Stanislav Tillich, Vorsitzender Uwe Albrecht, Mitglied Christine Borack, Mitglied Arbeitnehmervertreter Michael Zupala, Mitglied Achim Eisler, Mitglied Arbeitnehmervertreter Michael Geisler, Mitglied Rainer Grimm, Mitglied Andrea Haas, Mitglied Arbeitnehmervertreter Wieland Hiller, Mitglied Arbeitnehmervertreter Klaus Friedrich Hultmann, Mitglied Joachim Hof, Mitglied Burkhard Jung, Mitglied Thomas Jurg, Mitglied Petra Cockert, Mitglied Peter Krakow, Mitglied Katrin Kullmann, Mitglied Arbeitnehmervertreter Rainer Kutschke, Mitglied Dirk Lindner, Mitglied Arbeitnehmervertreter Bernd Michalik, Mitglied Raimund Neugebauer, Mitglied Benedikt Niemeyer, Mitglied Ingoi Frostberg, Mitglied Matthias Rössler, Mitglied Arthur Scholz, Mitglied Andreas Schram, Mitglied Friedhelm Schutt, Mitglied Arbeitnehmervertreter Jörg Kudo Felten, Mitglied Arbeitnehmervertreter Rainer Vogt, Mitglied Ronald Weckesser, Mitglied Hermann Winkler, Mitglied Liquiditätskrise 2007 Die Sachsen-AB hatte über ihre irische Tochtergesellschaft Sachsen-AB-Europe-PLT Dublin und die Kondoits Ormond Kay Funding und George Kay Funding Verbriefungsgeschäfte mit amerikanischen Hypothekenmarktkrediten jedoch nicht aus dem Subprime-Segment betrieben Im Zuge der amerikanischen Hypothekenmarktkrise im Sommer 2007 waren diese Kondoits zeitweise nicht mehr in der Lage, ausreichend kurzfristige Anleihen auf dem Kapitalmarkt zu platzieren, um ihre erworbenen langfristigen Kredite in vollem Umfang zu refinanzieren. Obwohl die Sachsen-AB noch am 10. August 2007 mitteilte, dass sie über ausreichende Liquidität verfüge, mussten ihr nur sieben Tage später die Sparkassenorganisationen eine Kreditlinie von 17,3 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Da wegen mangelnder Liquidität ihre Existenz gefährdet war und aufgrund der Gewährträgerhaftung das Land Sachsen sämtliche bis 2005 begründeten Forderungen daraus hätte erfüllen müssen. Diese Kreditlinie war an die Bedingung geknüpft, dass sich die Sachsen-AB einer Übernahme durch einen finanzkräftigen Investor stellt. In den darauffolgenden Tagen schied zunächst der für das Kapitalmarktgeschäft zuständige Vorstand Stefan Leusler aus dem Unternehmen aus. Die Veröffentlichung des Halbjahresberichts wurde verschoben und es begann die Suche nach einem Investor, um die Sachsen-AB durch eine Übernahme vor drohenden Verlusten aus weiteren Kapitalmarktfonds zu retten. Am 26. August 2007 übernahm die Landesbank Baden-Württemberg die Sachsen-AB mit Wirkung zum 1. Januar 2008 für einen Kaufpreis von zunächst mindestens 300 Millionen Euro, dessen endgültige Festlegung aber erst nach einer abschließenden Bewertung des Unternehmens am Jahresende 2007 erfolgen soll. Im Rahmen dieser Übernahme stellte die LBBW weitere 250 Millionen Euro Soforthilfe zur Verfügung. Ende August 2007 wurden zwei weitere Vorstandsmitglieder abberufen und der Vorstandsvorsitzende Herbert Süß erklärte seinen Rücktritt zum 15. September 2007. In einer Sondersitzung des Sächsischen Landtags zum Verkauf der Sachsen-AB erklärte der sächsische Finanzminister Horst Metz seinen Rücktritt zum 30. September 2007. Der Landtag wurde über den erfolgten Verkauf in der Sitzung lediglich informiert und durfte unter Begründung eines drohenden Finanznotstands nicht selber entscheiden. Nachdem die endgültige Übernahme Anfang Dezember zu scheitern drohte, wurde in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 2007 eine abschließende Einigung über die Übernahme der Sachsen-LB durch die LBBW erzielt. Diese beinhaltet unter anderem weitreichende finanzielle Bürgschaften über 2,75 Milliarden Euro durch das Land Sachsen. Von diesen Bürgschaften wurden mittlerweile rund 1,34 Milliarden abgerufen. Da mittlerweile auch die sächsische Landesregierung eingesehen hat, dass sie offenbar die gesamte Garantiesumme wird übernehmen müssen, wurden nun auch die restlichen 1,75 Milliarden Euro in einen Garantiefonds zurückgelegt. Am 1. April 2008 wurde die Sachsen-LB auf die LBBW verschmolzen und erloscht damit. Das regionale Kundengeschäft wird seither von der LBBW zusammen mit den bisherigen BW-Bankfilialen in Halle, Leipzig und Dresden unter dem neuen Markennamen Sachsen-Bank weiter betrieben. Dies betrifft allerdings nur einen Teil der 600 Mitarbeiter der ehemaligen Sachsen-LB. Weitere Teile des Geschäfts der Sachsen-LB wurden von einer neu gegründeten LBBW-Niederlassung in Leipzig übernommen. Ernst & M. Young hat dem ehemaligen Vorstandsgremium der Sachsen-LB leklatante Fehler vorgeworfen. So sei das Kredithersatzgeschäft außerbilanziell auch nicht vom Risikoanalyse-System der Bank erfasst worden. Ernst & M. Young kritisiert darüber hinaus, dass zu Beginn der Finanzmarktkrise 2007 keine erkennbaren Maßnahmen getroffen wurden, um die Risiken zu senken, stattdessen aber das Geschäft ausgeweitet und neue Zweckgesellschaften gegründet wurden. Ernst & M. Young wurde im September 2007 durch die sächsische Staatsregierung beauftragt, die Vorgänge in der Sachsen-LB zu begutachten. Schließlich kündigte der sächsische Ministerpräsident Georg Milbrath am 14. April 2008 unter anderem wegen der Krise bei der Landesbank Sachsen seinen Rücktritt von allen seinen Ämtern an. In der Folgezeit ermittelte die Staatsanwaltschaft Leipzig gegen ehemalige Vorstandsmitglieder. Eine erste Anklage wurde im September 2011 erhoben. Darin warfe die Staatsanwaltschaft drei früheren Vorständen vor, die Jahresabschlüsse 2003 und 2004 unrichtig erstellt zu haben.